Der gierige Fisch Die Bewohner hatten schon fast vergessen, dass das Riff um ihre kleine Insel aus den versteinerten Resten eines gigantischen Fisches bestand. Aber eine buddhistische Geschichte hält die Erinnerung daran wach, wie es einst dazu kam. Vor Zeiten nämlich durchkreuzte ein riesiger Fisch die Ozeane. Trotz seiner ungeheuren Größe und Kraft war er friedlich und freundlich. Er tat niemandem etwas zuleide und ernährte sich nur von Wasserpflanzen. Damals hatte das Volk der Fische noch keinen König, aber auch sie wollten einen würdigen Vertreter an ihrer Spitze sehen. Wegen seiner Stärke, Klugheit und Güte wählten sie daher einstimmig den Riesenfisch, der sein neues Amt auch gerne antrat und es mit Würde und Weisheit versah. Gerne huldigte ihm sein Volk und machte ihm regelmäßig seine Aufwartung. Alle waren zufrieden und glücklich. Doch eines Tages geschah etwas Unerwartetes. Die zahlreichen Besucher der Audienz hatten schon den Heimweg angetreten und der Riesenfisch war nach dem langen Tag recht hungrig geworden. Kraftvoll sog er große Mengen von Meerwasser ein, um sich mit den darin befindlichen Pflanzen zu sättigen. Das tat wohl und stärkte ihn. Aber da war beim Kauen etwas Neues Ungewohntes. Ein ihm bislang unbekannter Geschmack machte ihn aufmerksam und neugierig. Was mag das wohl sein, dachte er, und um der Sache auf den Grund zu gehen, spuckte er den Inhalt seines Riesenfischmaules wieder aus. Oh Schreck, durchfuhr es ihn, er hatte versehentlich einen seiner Untertanen mit erfasst und totgebissen. Das tat ihm überniemassen leid, und der ganze Tag war ihm verdorben. Diesen Vorfall konnte er nicht mehr vergessen, aber weniger des tragischen Unglücks als des unbekannten reizvollen Geschmackes wegen. Der ließ ihn nicht mehr los. Nein, verbot er sich sofort jeden Gedanken an eine Wiederholung jenes überraschenden Genusses. Das dürfte nicht sein. Diese kleinen Fische sind ja meine Untertanen und Freunde. Doch immer wieder kam dieses, aber gut geschmeckt hat es. Zuerst ließ er diesen Gedanken nur für einen Moment zu. Die sich sogleich heftig meldende Scham vertrieb ihn, bevor er wachsen konnte. Bald jedoch ertappte er sich dabei, wie er diesem Reiz mehr und mehr Raum gab. Und schon war der Tag der nächsten Audienz herangekommen. Tausende seiner Artgenossen in allen Größen erwiesen dem König der Fische ihre Ehrerbietung. Doch in seine Freude über die ihm gezeigte Hochachtung mischte sich ein Hauch von Verlangen. Schließlich hatten sich die meisten Gäste wieder auf den Heimweg begeben, nur wenige Nachzügler waren geblieben, um noch das eine oder andere miteinander zu bereden. Nur noch einmal, schwor sich der Riesenfisch, würde er seinem Wunsch nachgeben, dann bestimmt nie, nie mehr. Er öffnete sachte seinen Rachen und spülte mit dem Wasser ein gutes Dutzend zappelnder Flossenträger in seinen Schlund. Der Geschmack kam ihm noch köstlicher vor als das erste Mal, und seine Gedanken kreisten nun noch länger, um den Genuss und die verlockende Vorstellung, ihn zu wiederholen. Irgendwann setzte er seinen Fantasien gar keine Gegenwehr mehr entgegen, sondern schwelgte geradezu in ihnen. Wie lange wurde ihm da die Zeit bis zur nächsten Zusammenkunft? Zunächst bemerkte niemand das Geschehene. Sicher vermissten einige Fische ihre Angehörigen, aber die Gefahren des Ozeans waren groß, und immer wieder war der Verlust von Angehörigen oder Freunden zu beklagen. Aber auffällig war es irgendwann schon, dass regelmäßig nach dem königlichen Empfang jemand vermisst und die Zahl der Verschwundenen immer größer wurde. Das einst harmonische Zusammenleben war gestört. Misstrauen breitete sich aus, und schließlich kam ein schrecklicher Verdacht auf. Sollte unser König etwa? Lange beriet man insgeheim, was man tun könnte, wenigstens um sich Klarheit zu verschaffen. Ein kleiner, flinker Korallenfisch wollte es schließlich wagen. Er würde sich bei nächster Gelegenheit unter die Nachzügler mischen, sich unbemerkt verstecken und aus sicherer Entfernung beobachten, was geschehen würde. Seine Beobachtungen lösten Entsetzen aus. Aus dem freundlichen und gütigen König der Fische war ein gieriges Meeresmonster geworden, das seine Untertanen fraß. Längst begnügte er sich nicht mehr mit einigen Appetithäppchen, und gerade eben vertilgte er schmatzend einen mittelgroßen Schwarm von Heringen und eine Kabeljau-Familie gleich mit. Jetzt blieb nur eins, die Flucht, und zwar sofort. Noch nie hatte das Meer so viele Flossen in rascher Bewegung gesehen wie an diesem Tag. Alles, was schwimmen konnte, setzte sich möglichst unauffällig, aber ebenso energisch in Bewegung. Nichts wie weg. Es dauerte mehrere Tage, bis die Flüchtlinge eine neue Heimat gefunden hatten. Die verzweigten Höhlen einer kleinen, fernen Insel boten allen ausreichend Schutz. Der Riesenfisch war nach seinem Mahl indessen so satt gegessen und schläfrig, dass er von all dem nichts mitbekam. Er träumte still vor sich hin. Erst als er die nächste Audienz anberaumen wollte, merkte er, dass er ganz allein war. Allein mit seinem wachsenden Hunger, der nun nicht mehr gestillt werden konnte. Pflanzen waren ihm nämlich inzwischen zuwider geworden. Panik stieg in ihm hoch, und von Angst gepeinigt jagte er ins weite Meer hinaus auf der Suche nach seinem verlorenen Volk. Er musste lange Ausschau halten, bis er die Objekte seines Verlangens fand. Doch konnte er ihnen in ihrem verborgenen Versteck nichts anhaben. Mittlerweile war sein Hunger unerbittlich geworden, und der Nimmersatte wusste nur noch einen Rat. Er nahm sich vor, die ganze Insel zu belagern. Mit seinem Riesenleib wollte er sich um das Eiland herumlegen und so jeden Ausweg zum offenen Meer versperren. Irgendwann mussten ja seine früheren Untertanen auf Futtersuche gehen und die Höhlen wieder verlassen. Dann würde er zupacken. Gerade hatte er seinen Körper fast um die ganze Insel herumgelegt, als er etwas glänzend Schuppiges sich bewegen sah. Köstliche Fische, dachte er, endlich! Voller Verlangen schnappte er kraftvoll zu. Es war aber nicht etwa eine versprengte Schar von unvorsichtigen Artgenossen, die dort so einladend schimmerten. Es war sein eigener Schwanz, in den er sich jetzt heillos verbiss. Was auch immer er versuchte, er kam nicht wieder frei, er blieb gefangen. Mit der Zeit wurde er schwächer und schwächer, und schließlich ging er elend zugrunde. Seine verängstigten Untertanen indessen konnten endlich aufatmen und ihre Verstecke verlassen. Ausgehungert und völlig abgemagert stürzten sie sich alsbald auf ihren einstigen König und fraßen ihn restlos auf. Von seinem Riesenkörper blieben nur noch die bleichen Knochen, die bald von Korallen ganz überwachsen waren und eine Ringmauer um die Insel bildeten. In der buddhistischen Tradition wird diese Parabel natürlich nicht erzählt, um die Herkunft von Riffen zu erklären oder die Lebensweise von Fischen zu illustrieren. Vielmehr will sie auf ihre besondere Art die Gesetze des menschlichen Lebens zum Ausdruck bringen. Zeigt die uns nicht etwa erzählerisch die Macht des Denkens? Da kommt ein unscheinbarer Gedanke daher, und bald ist aus ihm eine unwiderstehliche Kraft geworden. Ein leiser Wunsch, etwas zu besitzen oder zu genießen, wächst unversehens heran, wenn wir ihm Beachtung schenken und gefühlsbetont wiederholen. Ohne dass wir es merken, entsteht ein immer stärkerer Zug zu dem hin, was wir uns in allen Farben als schön und besitzenswert ausmalen. Erst möchte man, dann will man, irgendwann muss man es haben. Die Neigungen unseres Herzens sind nichts als die Summe solcher Gedanken. Und sie zeigen Wirkung. Sie sind es nämlich, die uns zu unseren Handlungen animieren. Bewusste oder unbewusste innere Dränge bestimmen allzu oft, was wir tun und lassen. Und je stärker sie sind, umso deutlicher und kompromissloser klingt ihre Stimme. Vielleicht mag anfangs die Einsicht noch ein Wort mitreden und bei unlauteren Absichten hier und da erfolgreich Einspruch erheben. Aber sind unsere Wünsche durch ein häufiges inneres Ja erst groß und mächtig geworden, beherrschen wir sie nicht mehr. Sie beherrschen uns. Vom Denken gehen die Dinge aus, sagt der Buddha. Werden Bedürfnisse zu Leidenschaften, verfliegen zudem Weisheit und Einsicht. Ist der König der Fische beim Antritt seines Amtes klug und umsichtig, hat er am Ende nicht nur Güte und Mitempfinden verloren, er ist auch blind geworden. Blind für andere und deren Bedürfnisse und Interessen. Gewiss scheut jeder die unangenehmen Gefühle und sucht die angenehmen. Macht man sie zum unbedingten Mittelpunkt des Lebens, stellen sie bald unabweisbare Forderungen. Das wird dem Königsfisch zum Verhängnis. Er ist am Ende so auf den Wohlgeschmack der neuen Fischnahrung fixiert, dass sein Geist alles andere ausblendet. Er kommt gar nicht mehr auf den Gedanken, dass seine ihm einst lieben Untertanen ebenfalls nichts als Wohl anstreben. Er ist gefangen in seiner engen Wunschwelt und übersieht die tragischen Folgen. Unsere Geschichte illustriert die Konsequenzen. Konflikte sind unvermeidbar, wenn eigene Anliegen mit denen der Mitwesen kollidieren. Allzu oft werden Wünsche zulasten und auf Kosten anderer befriedigt. Rücksichtslosigkeit und Egozentrik nehmen zu. Wie weit das führen kann, zeigt unser gar nicht königlicher Fisch eindrucksvoll. Sein eigenes Wohlergehen geht ihm irgendwann über alles. Er setzt es durch, selbst wenn seine Mitbrüder und Mitschwestern Schaden davontragen oder dafür gar sterben müssen. Sie sind für ihn zu bloßen Objekten des Begehrens geworden. Um den guten Schein zu wahren, muss er die Wahrheit verschleiern. Zuerst sieht er selbst die Realität nicht mehr. Dann verbirgt er sie vor seinem Volk. Er wird zum Heuchler, der Freundlichkeit und Wohlwollen für alle vorgibt, aber nur seine eigennützigen Interessen verfolgt. Doch diese Abkehr von der Wirklichkeit muss sich rächen. Es ist eine der buddhistischen Grundlehren, dass heilsame wie unheilsame Handlungen auf ihren Verursacher zurückwirken. Was man anderen antut, widerfährt einem auf die eine oder andere Weise selbst. Die Umwelt wird zum Spiegel. Unsere Verhaltensweisen zeigen sich in unserem Erleben. Das bewahrheitet sich auch in unserer Geschichte. Der Täter wird am Ende zum Opfer, der Fischfresser zum gefressenen Fisch. Begehren verschlingt den Begehrlichen. Der heutige Vortrag wurde verfasst von Dr. Alfred Weil, gelesen von Cornelia Paltins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017